Und wir sagen jetzt nach diesen Vorkommnissen, diese Generation, diese Organisation muss verboten werden. Die letzte Generation gehört verboten. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Leser des Deutschlandkurier. Ja, diesen Antrag hat die Alternative für Deutschland im Deutschen Bundestag gestellt. Diese Klimakleber, diese Klimaterroristen, die Leute, die die ganze Hauptstadt lahmlegen, indem sie sich einfach auf die Straße kleben, die muss aus unserer Sicht verboten werden. Ein Beispiel, der Tagesspiegel hat mal ausgerechnet, dass von 127 Rettungswägen nur 14 teilweise verfügbar waren. Die Rettungswägen sind nicht mehr durchgekommen, ein unglaublicher Skandal. Auf den Flughäfen in München und Berlin haben sich Klimakleber festgeklebt. Da frage ich mich, jeder einzelne Reisende, der im Flughafen in sein Flugzeug steigen will, wird kontrolliert und durch mehrere Schleusen durchgebracht. Und die Klimakleber schaffen es bis auf die Piste, um die Pisten lahmzulegen. Da stimmt etwas hinten und vorne nicht. Und in den Medien sehen Sie ja, wie diese radikalen Kleber hochgeschrieben werden. Der Idealismus wird gelobt. Große Teile der Abgeordneten der Grünen und SPD feiern die letzte Generation ab. Und wir haben jetzt den Antrag in den Deutschen Bundestag eingebracht, dass diese Organisation, die immer radikaler wird, dass die verboten gehört. Damit sind wir übrigens nicht allein. Im November letzten Jahres hat die Gewerkschaft der Polizei auch eine Verbotsprüfung bereits gefordert. Und wir sagen jetzt nach diesen Vorkommnissen, diese Generation, diese Organisation muss verboten werden. Heftige Debatte im Deutschen Bundestag, aber ich bin froh, dass wir das eingebracht haben. Diese Generation ist wirklich das Letzte.